künstliche intelligenz autonomes fahren das metaversum flüge zum mars es wird alles kommen und es ist auch alles nice to have aber was will die menschheit wirklich außer jetzt vielleicht frei bier oder sexroboter es gibt einen traum der ist schon so alt wie die menschheit selbst und jetzt wird es aber vorstellbar dass sich dieser traum vielleicht langsam erfüllt und darum wird das ganze jetzt möglicherweise ein riesen investment thema und es ist auch kein wunder dass gerade unsere super reichen jetzt auch wie verrückt investieren in dieses thema möchten sie gerne sterben ich nicht das klingt vielleicht ein bisschen albern wenn man sowas sagt aber wer will schon gern sterben auch wenn man ständig belehrt wird von irgendwelchen schlaumeiern dass der tod doch einfach dazu gehört zum leben oder das ewiges leben ja auch verschwendung wäre oder dass es wahrscheinlich auch gar nicht schön werde und dass es natürlich viele probleme auch mit sich bringt denn wer ewig lebt macht nicht platz für andere klar wer leben will der ist an sich schon ein egoist und wer länger leben will der macht es damit dann nur noch schlimmer aber die können alle sagen was sie wollen solange es einem nicht wirklich schlecht geht da will man eigentlich trotzdem so lange wie möglich leben ist einfach so und wir sind heute aber an einem punkt wo das leben und die ganzen mechanismen wie es funktioniert im körper wo das immer besser erforscht werden kann und wo man eben auch langsam das gefühl hat die wissenschaft kann das leben unter umständen deutlich verlängern und in diese forschung da werden jetzt wird jetzt eben auch investiert da werden riesige summen investiert und die ersten sagen auch schon auch das ewige leben hier auf erden ist nicht mehr komplett abwege ein schönes osterthema natürlich und ich will damit jetzt gar keine religiösen gefühle verletzen das hat nämlich der spiegel schon gemacht das hat er vor ein paar jahren schon gemacht auch zu ostern damals hat er nämlich getitelt ewiges leben demnächst für alle da ging es auch um das thema und viele halten das natürlich ja für eine spinnerei und darum habe ich mein video jetzt auch nicht genannt wege zur unsterblichkeit oder so oder ewiges leben die besten aktien ich habe nämlich auch gesehen dass zum beispiel mario lochner zu dem thema auch schon mal ein video gemacht hat damals war noch bei mission money ewiges leben das musst du jetzt über die unsterblichkeit wissen und das haben dann aber nur 26.000 leute angeschaut für ihn damals relativ wenig und kurz vorher ein video über carsten maschmeyer das haben 69.000 leute angeschaut und kurz danach ein video über ken fischer das haben auch 44.000 leute angeschaut ist auch irgendwie bezeichnend es interessieren sich also mehr leute für carsten maschmeyer und für ken fischer als dafür ob wir demnächst jetzt unsterblich werden könnten oder nicht das hier ist ein farbdrucker von epson die haben den anscheinend absichtlich so gebaut dass er vorzeitig den geist aufgibt und das unterstellt man ja vielen anderen herstellern auch dass sie das so machen mit ihren produkten und man nennt das geplante obsoleszenz das problem ist nur wir sind genauso konstruiert wir haben auch mehr oder weniger ein eingebautes ablaufdatum obwohl wir ja vielleicht viel länger noch funktionieren könnten das ist aber nicht vorgesehen die biologische pflicht die haben wir irgendwann mal erfüllt oder hätten wenigstens die chance gehabt dass wir sie erfüllen und danach braucht uns aber keiner mehr also auf müll damit dabei wäre der körper ja eigentlich ganz gut drin dass er sich ständig erneuert in der haut in den knochen in den organen die zählen da die werden eigentlich ständig ausgetauscht es findet also eine runderneuerung statt im laufenden betrieb nur irgendwann nimmt das dann plötzlich ab und es wird auch alles immer schrottiger im körper zum beispiel der thymus der ist extrem wichtig für das immunsystem aber nach der pubertät bildet er sich schon zurück und irgendwann ist er auch gar nicht mehr da sondern da ist dann auch nur noch fett dann die telomere die erneuerung im körper die funktioniert ja mit zellteilung und links sieht man aber in jedem chromosom wo die erbinformation drin ist da sind am ende die telomere und mit jeder zellteilung werden die aber immer kürzer und irgendwann geht es eben nicht mehr und es gibt auch einen klaren zusammenhang zwischen der länge die bei einem noch die telomere haben und der lebenserwartung die man hat und das nächste ist dass die zellen selber ja auch irgendwann mal ja verkommen und dass das ganze dann auch erstarrt irgendwann mal bei den jungen stammzellen die sind noch unverbraucht da ist die gehen information noch tipptopp aber die spezialisieren sich dann und irgendwann fehlt einfach auch der nachschub an diesen jungen zellen als die jung waren zum beispiel da hätten sie noch batman werden können sie hätten prinzessin werden können sie hätten astronaut werden können sie sind jetzt aber versicherungssachbearbeiter und sie sind verbraucht und bei der zelle da ist es auch so die ist jetzt eben muskelzelle oder eine hirnzelle und da gibt es aber eben auch keinen weg mehr zurück und das ist noch nicht alles aber das sind alles dinge die man in der theorie zumindest manipulieren kann wo man eingreifen kann und das geht jetzt eben auch schlag auf greg fei der hat einer kleinen versuchsgruppe thymus wachstumshormone verabreicht die gruppe war sehr klein das waren neun leute aber anscheinend ist bei denen das muskelwachstum angeblich wieder angesprungen und sie haben auch wieder haare gekriegt die sind da wieder gewachsen auf der glatze und laut epigenetischen tests sollen sie auch jünger geworden sein metformin das ist ein uraltes diabetes medikament das regtes thymus wachstum an und man hat schon lange den verdacht gehabt dass es möglicherweise lebensverlängert wird aber das kriegen ja immer nur die diabetiker das gute zeug und jetzt hat man endlich mal eine große vergleichsstudie gemacht und hat aber dann festgestellt die metformin gruppe die hat eine 15 prozent höhere lebenserwartung als normale menschen und das obwohl das ja alles kranke diabetiker waren in der gruppe pinja jamanaka der hat eine methode entdeckt wie er aus ganz normalen körperzellen wieder stammzellen machen kann dafür hat er dann auch den nobelpreis gekriegt und die methode die hat dann ein anderes team genutzt zur verjüngung von zählen bei mäusen und das funktioniert wohl maria blasco eine molekularbiologin aus spanien die hat mäuse mit einer gentherapie behandelt die die telomere von denen was vorher hatten die die wieder aufbaut und die lebenserwartung von den mäusen ist um 24 prozent gestiegen und in den usa da hat man fadenwürmern hormonrezeptoren gegeben die sollen die zelle regeneration anregen und bei denen hat sich dann die lebenserwartung sogar versechsfacht jetzt kann man natürlich sagen fadenwürmer und wir das ist immer noch ein kleiner unterschied genetisch aber so groß ist der unterschied gar nicht wie man meinen würde und 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 es ist alles natürlich erst am anfang und die dinge sind natürlich auch sehr komplex und über so sachen wie nebenwirkungen oder sowas da weiß man jetzt auch noch nicht besonders viel aber man kann eben eingreifen inzwischen in den alterungsprozess oder in die prozesse und eines tages kann man sie vielleicht wirklich auch stoppen und wer weiß vielleicht haben wir ja in zukunft ja auch alle schon dann tausende von nanobots im körper die dann alles was kaputt geht von vornherein auch schon alles gleich reparieren das hat rakers weil mal gesagt der ist da sowieso wahnsinnig euphorisch bei dem thema und er glaubt auch dass jeder der 2040 oder 2050 lebt wahrscheinlich auch die chance hat dass er dann so gut wie unsterblich sein kann er ist auch einer von den bekanntesten transhumanisten die sind unterschiedlich alle aber eine vision von denen ist mehr oder weniger die dass der mensch und die technologie vor allem die digitale technologie dass die miteinander verschmelzen sollen und dass daraus dann neuer mensch entsteht und der klassiker ist dann oft am ende dass man eben sein bewusstsein irgendwann mal in einen computer hochladen kann das ist dann ja in gewisser weise auch unsterblichkeit ob sowas dann jemals geht und ob das dann wirklich noch der mensch auch selber ist aber das dann selber so erlebt mit seinem eigenen bewusstsein oder ob das was da hochgeladen wird dann ob das maximal eine kopie ist das wäre schon mal interessant und auch was man dann den ganzen tag dann so macht in seinem rechner vielleicht schaut man dann ja hier auch videos und ich kann ihnen da auch nur empfehlen dass sie vorher rechtzeitig noch meinen kanal abonnieren bevor sie das machen weil die unendlichkeit ist lang zum kanal aber geht es hier unten und das wird dann auch automatisch dann übertragen auf ihren neuen account ist es alles nur komplette spinnerei ja vielleicht aber es wird eben vorangetrieben es fließen jedes jahr auch milliarden rein und es ist auch das ganz große ding bei unseren superreichen eben inzwischen chef bezos der amazon gründer der hat zusammen mit juri milnern im russischen milliardär altos labs gegründet vor zwei jahren da geht es genau um diese stammzellen methode die ich schon erwähnt hat das will man da weiterentwickeln sergey brin und larry page die google gründer die haben schon vor zehn jahren calico gegründet das ist auch ein biotech unternehmen da sollen alterungsprozesse untersucht werden mit künstlicher intelligenz und mit digitalen verfahren und es sollen auch altersbedingte krankheiten damit untersucht werden calico ist eine tochter von alphabet man ist da also als aktionär mit dran beteiligt peter thiel der hat anscheinend auch schon viele millionen gespendet an stiftungen die forschen an lebensverlängerung und an solchen verfahren außerdem pfeift er sich selber jede menge metformin rein und wachstumshormone und er hat zusammen mit chef bezos von amazon eben auch investiert in unity biotechnology das ist ein börsennotiertes unternehmen das will im körper sogenannte senestierende zellen unschädlich machen zellen die eben aus irgendeinem grund beschädigt sind und davon hat man im alter immer mehr und die sondern dann schädliche substanzen auch ab und so weiter und der gründer von unity biotechnology der hat mal gesagt mit dem ansatz wird ein drittel von allen krankheiten in der entwickelten welt einfach abschaffen das ist schon sehr vollmundig und es hat dann aber ein paar rückschläge geben bei klinischen tests und die aktie liegt jetzt auch ziemlich am boden aber sie machen weiter wer auch massiv forschung sponsort in dem bereich das sind larry allison und von oracle und mark zuckerberg von facebook und einer der ganz großen investoren das ist auch revolution das ist ein fond aus saudi arabien wo jedes jahr eine milliarde dollar reingepumpt wird unter der leitung von kronprinz mohammed bin salman und daneben gibt es die x price foundation die hat gerade einen preis ausgelobt von 100 millionen dollar für anti aging forschung bei x price da war früher auch elon must dabei der hat sich in letzter zeit eher skeptisch dann wieder geäußert zu dem thema hat gemeint das meiste von der forschung ist seiner meinung nach geldverschwendung aber elon must hat ja selber neural link das ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar aber da geht es eben schon um die große gehirn computer schnittstelle und sie haben jetzt ja auch schon den ersten patienten sondern chip auch eingepflanzt und damit ist es auf jeden fall auch ein trans humanistisches projekt uns hält sich auch hartnäckig das gerücht das neural link irgendwann auch mal an die börse kommen sollte dann kann man sich da auch als privat anleger daran bei dem unternehmen austoben kann man sonst irgendwie investieren in das thema als normal sterblicher anleger weil noch sind wir ja normal sterblich unity biotechnology die habe ich jetzt schon kurz genannt es gibt auch noch ein paar andere kleinere unternehmen die in dem bereich forschen die in dem zusammenhang dann auch oft genannt werden und aufgeführt werden und dazu kriegen sie von mir morgen eine hauspost weil die unternehmen sie sind zum teil ganz interessant die verfolgen ganz interessante ansätze auch zum teil aber trotzdem was auch gesagt werden muss ein wort zur warnung sowas sind natürlich hoch spekulative investments das ist auch klar steht alles am anfang die forschung kostet auch viel geld und wir wissen noch nicht ob irgendwas von dem dann auch wirklich mal funktioniert und was sich da dann auch durchsetzt am ende und den ganz eindeutigen durchbruch den gibt es eben noch nicht würde es den geben dann hätten wir das natürlich schon lange mitgekriegt aber wenn sie das ganze trotzdem interessiert der report ist gratis für sie er kommt morgen aus und sie kriegen ihn auf www.heinrichs-hauspost.de mir geht es eben vor allem darum jetzt dass ich sie für das thema mit diesem video jetzt mal sensibilisiert hat weil ich mir eben vorstellen kann dass da noch einiges passieren wird in den nächsten jahren das auch die fantasie anregen wird der anleger und darum sollte man es eben auf dem schirm haben ist es vielleicht alles eher eine horror vision das ganze die man stoppen sollte ich glaube die frage stellt sich wahrscheinlich gar nicht weil die menschheit wird das nicht stoppen und sie hat bis jetzt ja auch schon viel erreicht in dem punkt mit ausreichend ernährung mit hygiene und natürlich vor allem mit dem medizinischen fortschritt ohne den wäre doch die hälfte von uns hier gar nicht mehr am leben wenn wir mal ehrlich sind und darüber beschwert sich aber natürlich auch keiner das hier das ist die durchschnittliche lebenserwartung in verschiedenen weltregionen ab der roten linie sind es dann prognosen die grafik ist von der financial times und schon die letzten 60 jahre hat es da eben einen riesigen fortschritt gegeben aber was man eben leider auch sagen muss der unterschied da zwischen den reichen ländern und den armen ländern bei der lebenserwartung der ist immer noch sehr hoch aber die folgen von dem ganzen die spüren wir natürlich jetzt auch schon demografie generationen konflikte und das kann sich natürlich schon stark verschärfen auch noch mal in zukunft weil wer ewig lebt macht keinen platz für andere klingt erst mal sehr abstrakt aber wir haben ja schon die forderung zum beispiel dass ältere menschen doch bitte langsam mal verschwinden sollten zumindest mal aus ihren wohnungen weil die hätten jetzt doch bitte gern die jungen familien gleichzeitig haben wir hier eine verheerende pflegesituation nach wie vor und wird wahrscheinlich auch noch schlimmer aber wir haben keinen gesellschaften willen dass sich daran irgendwas ändert und gipfeln tut das ganze dann in so äußerungen wie von den japanischen wirtschaftsprofessor der hat gesagt die senioren sollten doch massen selbstmord begehen und dass man auch sterbehilfe verpflichtend machen müsste sehr wahrscheinlich er will es natürlich nicht wirklich so gemeint haben aber in japan ist er dafür sehr populär geworden inzwischen und er hat auch eine sehr große fangemeinde mittlerweile bei den jüngeren versteht sich das kommt möglicherweise auf uns zu und so dinge wie renteneintrittsalter mit 63 das ist wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr haltbar ist es ja jetzt schon nicht und seine anti aging mittel die kriegt man in zukunft dann wahrscheinlich auch nur dann wenn man nachweisen kann gleichzeitig dass man einen ausreichenden rürup-rentenvertrag hat und dass man keinem auf der tasche liegt mit seinem langen leben das kann einem die unsterblichkeit dann natürlich schon ein bisschen vergehen vielleicht muss die menschheit ihren großen traum ja doch aufgeben welchen solchen dingen und wegen solchen dingen und sich mit dem begnügen was sie eben hat dschungel camp und heidi klum in drei tagen ist ostern vielleicht findet der eine oder andere ja auch da inspiration zu diesem thema ich werde an ostern ein bisschen pause machen das heißt am montag wird von mir kein video hier kommen wenn ihnen langweilig ist sie können bis dahin ja die hauspost lesen mit den aktien fürs ewige leben auf www.heinrichs-hauspost.de bekommen sie aber bekommen sie die aber wie jedes jahr kann ich auch dieses jahr nur sagen legen sie nicht alle eier in den gleichen korb dann steigt wenigstens schon mal die lebenserwartung von unseren portfolios lassen sie sich gut gehen haben sie schöne und frohe ostertage alles gute ihnen dankeschön fürs zuschauen